Ja Freunde, seid ihr gegrüßt zu dem neuen Video. Das ist der zweite Teil des Ausbau Vlogs von Werbels Camper. Tja, wie ihr gerade schon gesehen habt oder seht, das Wetter ist wieder mal richtig scheiße. Und das Problem ist, wir müssen bis Donnerstag, das ist quasi übermorgen, das Auto soweit fertig haben, dass wir die Standheizung einbauen können. Das heißt, da möchte im besten Fall schon die Elektrik drin sein, dass wir den ganzen Quatsch testen können. Ja, das ist halt echt kacke, wenn du keine Halle hast oder irgendwas. Und meistens hat man ja auch Glück mit dem Wetter. Ich habe schon zwei Autos komplett auf der Straße ausgebaut, einfach nur in der Stadt vor der Straße. Das ist ja mit dem Container schon eine deutlich bessere Situation. Aber ja, jetzt nervt es natürlich wieder. Das war die ganze Zeit eigentlich relativ schönes Wetter. Wenn es man baut, ausbaut, ist das Wetter halt scheiße. Mal gucken, wie wir das schaffen. Ja, was heute eigentlich auf dem Plan steht, ist, dass wir die beiden Kisten fertig bauen und die Küche schon den Grundblock, sage ich mal, soweit fertig haben, dass man den Klappmechanismus anpassen kann, das Klo anpassen kann und so weiter. Denn wenn dieser Rohbau, sage ich mal, steht, Bodenplatte, die beiden Kisten und die Küche, dann ist es eigentlich nur noch Formsache, ein bisschen Planung und eine Zeitfrage, den Rest fertig zu machen und einzubauen. Aber natürlich ist es immer so, dass die Details, der ganze Kleinkram viel länger dauert als der eigentliche Rohbau. Das ist immer das Witzige. Aber wir müssen eigentlich erst nur den Rohbau mit Elektrik fertig haben, damit wir die Standheizung einbauen können. Danach können wir nach und nach den ganzen Rest machen. Jetzt fahren wir erstmal zum Container und gucken mal, vielleicht hört es ja noch auf zu regnen. Herrlich ist Ausbauwetter, oder? Ne? Kleine Busche, die da unten. Oh, Schattenfunk, Schattenfunk. Ach, der Herr Winkelmann ist auch mal wieder aus dem Urlaub zurück. Ich höre immer nur Urlaub und Pause, ne? Urlaub, Pause. Wer hat erkannt? Wer hat erkannt, ne? So, wir fahren uns erstmal auf den Baumarkt noch ein bisschen Kleinkram holen für den Küchenblock und dann können wir uns in die Halle da reinstellen. Das ist ganz, ganz gut. Gut bei dem Scheißwetter. Was ist denn hier mit dem Fahrerbeifahrer jetzt los? Boah, ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich das am nächsten Tag anguckt, was man so gebaut hat. Das sieht ganz schön aus. Das ist also, das ist ganz passabel, was wir hier gemacht haben, oder? Ja, ich finde es gut. Sehr nice. Das dicke Pony wird heute getragen, damit es nicht alleine am Auto warten muss. Da das Pony so schwer ist, muss es abwechselnd getragen werden. So, wir müssen jetzt erstmal drei U's bauen, sozusagen, die an hier hinkommen und dann müssen wir uns erstmal die richtige Höhe machen und diese U's werden dann unser Grundgerüst, wo wir dann rundherum die ganzen Sachen in der Küche befestigen können. Niemor? Ah, da unten die Schrauben müssen wir auch noch festmachen, sehe ich gerade. So, Werbel hatte ich schon mal schön die ganzen Hölzer zurecht gewunzt, während ich die Arbeitsplatte, äh, die Bodenplatte richtig fest gehunzt habe. So, und jetzt bauen wir hier das Grundgerüst für den Küchenblock. Würde niemals ein Schreinermeister wahrscheinlich so machen, habe ich das im letzten Video auch schon gesagt. Aber das hat nun mal sich bewährt bei zwei Autos, es funktioniert, es ist ganz einfach zu bewerkstelligen, das kann jeder Dulli nachbauen, ne? Und, ähm, am Ende sah es auch gar nicht so schlecht aus, wo ich Renaldes Küchenblocket dann fertig hatte. Bei mir ist es ja noch gar nicht mehr ganz so schön, aber bei Renaldes, ich hatte das Auto ja mal gesehen, es ist relativ schön geworden. Ich denke, wir kriegen das hier auch richtig schön hin. Und die Klappe fürs Fressbrettchen wollen wir diesmal mit Gasdruckdämpfern probieren zu machen und nicht mit diesen Regalhaltern. Mal gucken, ob das klappt. Sieht so mini aus. Wenn man das hier draußen hat, da denkt man immer, hä, hä, das soll eine Küche werden, guck dir das mal an, ne? Aber in dem Auto dann sieht das dann übelst groß alles aus. Das ist übelst groß, aber dann passt das Verhältnis halt wieder, ne? Ist das wirklich die richtige Höhe? Hast du dich nicht vermessen? Ne, 59 müsste insgesamt sein. Ich bin gerade noch die Matte hier mit angekommen, es ist ein dummes Sulz, um uns von der Arbeit abzuhalten. Und da waren wir natürlich mit draußen und jetzt haben wir natürlich das arme Pony draußen vergessen. Das Pony sitzt vor der Tür und wartet. Pony, oben links ist die Klingel, dann hören wir dich auch. Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar. Na komm. Haben wir nicht vergessen? So, Corpus Delicti ist fertig. Ich glaube, die zwei waren irgendwie andersrum. Das müssen wir noch mal gucken. Und die werden jetzt grob positioniert und dann machen wir vorne schön die Leiste fest, wo dann das Bett aufgeklappt wird. Mal alles richtig ausmessen. Und dann kann man alle drei Module positionieren und festschrauben. Boah, wir sind hier aus. Falsche Richtung. So, als nächstes werden jetzt die Klappmechanismen gebaut hier. So, das sind jetzt hier die Stützen. Die liegen dann quasi hier unten auf, wo Blech ist, damit die Kiste hier abgestützt ist im Fußraumbereich. So, das ist das Klavierband. Das verschrauben wir uns hier mit dem ersten Teil. Das kann ich ja wegwechsen. Aber das ist ja bei der Kiste ungeschwindig. So, damit ist Teil 1 fertig hier. Nicht jetzt gehst du. Das war der einfache Teil. Jetzt kommt der schwierige Teil. Der zweite Klappmechanismus, der dann hier nach da ausgeklappt wird. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt die zweite Platte hier drauf. Das ist ja auch so gelöst, dass dann, wenn die umgeklappt wird, man sieht das hier, dass die hier auf dem Rand der Kante auffliegt und nicht die Last auf dem Scharnier ist. Das ist ja, also da bin ich ein bisschen stolz schon drauf, wo wir das wahrscheinlich nicht. Also hier sieht man, dass das für der Klasse, wenn es aufklappt. Aber das ist ja relativ einfach, das kriegt man gut hin. Schwierig wird dann das mit der Toilette, weil da eigentlich nicht genug Platz ist. Eigentlich geht das gar nicht, aber wir kriegen es trotzdem hin. So, erster Test. Und jetzt können wir nicht einfach irgendwas nachbauen, weil es gab noch keine Version mit Klo. Das muss jetzt hier, müssen wir uns jetzt quasi ausdenken. Und die Idee ist, dass die Toilette, weil das ist alles sehr knapp, dass wir die jetzt hier rein machen, so an die Position bringen. Und einfach das Deckelstück auf dem Klodeckel verschrauben und das Ding quasi als Scharnier benutzen, weil das ist stabil genug, dass man drauf liegen kann. Und dann könnte man ja, wie gesagt, den Klappmechanismus weiterführen. Das müsste eigentlich gehen. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir haben noch eine Chance. Ansonsten, wenn die Platten verhutzt sind, müssen wir neue holen. Das ist auch nicht schlimmer, Holz ist ja gerade nicht teuer. Schnäppchen. Schnäppchen. Kriegt man hin. Okay, der Plan steht. Die Toilette kommt ungefähr in die Position. Denn hier muss noch eine Abluftansaugung dran, dass quasi der Kacke- und Pinkelgeruch abgesaugt werden kann. Und hier muss ja dann quasi noch von der Standheizung, die außen und unter dem Auto verbaut wird, die Warmluft zugeführt werden, die dann hier und hier verteilt wird. Das wird natürlich auch relativ warm hier drin, durch die Abwärme von den Heizlüftern, was im Toilettenbereich natürlich sehr gut ist. Deswegen ist auch da noch die Belüftung von der Toilette sehr wichtig. Und wir haben es ja nur bei mehrfachen, also wir können ja nur ein paar, die solche Dinger benutzen, benutzen auch selber im Tiny House eine Trockentrenntoilette. Und egal, was du für ein Streu nimmst und so weiter, also vor allem auch in einem Auto, wo es richtig warm wird, kann mir einfach keiner erzählen, dass du eine Trockentrenntoilette dort fünf, sechsmal reingekackt hast und dort vier Liter Pisse drin sind, dass die nicht stinkt, wenn du keine Absaugung dran hast. Im Auto bleibt es ja wahrscheinlich auch mal länger drin, man leert ja nicht immer gleich den Tank aus. Genau, die Mati hat ja auch eine drin, stinkt auch. Tiny House, wenn ich die Belüftung abschalte, stinkt es. Also deswegen würde ich niemals eine Trockentrenntoilette ins Auto ohne Belüftung einbauen. Und da kannst du nämlich einfach schön deine Geschäfte machen und musst dir um Gestank keine Sorgen machen. Das zieht es einfach nach draußen raus, fertig. Und deswegen kommt die genau in die Position und dann teilen wir den Deckel einfach. Und jetzt würde ich sagen, setzen wir es um und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Da bin ich richtig gespannt drauf, weil das ist was Neues jetzt. Ist ja halt auch wichtig, dass dann der Klappmechanismus, der hier dann umgeklappt wird fürs Bett, dass der dann, wenn der drauf ist und man die Toilette aufklappt, dass das hier alles nicht stört und dass der Deckel noch gerade bleibt und so weiter. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wie ihr den Mati K. aus Bauvideos auf dem Kanal gesehen habt, ist ihr übelster Fan vom überstehenden Schrauben abtremeln. Für Thea mache ich das. Und da jetzt da so ein, zwei Millimeter die Schrauben überstehen, wird das Mati in Höllen Spaß haben, die abzuflexen. Du sagst nicht gleich, mache dir das ordentlich. Ich will keine verbrannten Stellen am Holz sehen. Guck mal, das ist sogar doppelt. Habe ich noch mehr Spaß. Oh, unten auch noch geil. Geil. So, herzlich willkommen zu Ihrer Tremelprüfung, Frau Bergmann. So, erste Aufgabe ist, wechseln Sie bitte diese monströse Flexchaff. Schick diese Scheiße erstmal runter. Warte. Das geht schon mal gut. Ne. 2.000 Jahre später. Warte ganz kurz. Doch, ich habe es nicht. Warte. Ha, krass, hä? Ich bin doch ein Held. Ist die Gabe rum? Die Hand fassig. Warte, ich habe es gleich. Geh doch mal rein. So. Das hält. Kari hat Platz gefunden, um sich einzumühlen. Mitten im Weg hier, ne? Was ist denn los? Bester, bester, allerbester Baustellenhund? Wie sieht es denn aus hier? Was ist denn hier bei der Baustellenaufsicht? Das geht doch so, ne? Wer will das Beste heute? Holzspäne mit dem Besen vom Hof runterkehren. Da passiert... Passiert das nicht mit dem Leder? Ne. Da passiert kein Leder. Was ist das? Das ist ein Dacia. Da ist kein Leder drin. Ach so. So, so oft. Leder. Ich filme, wenn das schief geht, stelle ich nämlich da wie ein Idiot. Ich habe die Fasswalle. Scheiße. Ich muss noch mehr weg hier. So, nachdem wir uns hier rumgeschnitzt haben, wie die hier rum, funktioniert es jetzt. Man kann das jetzt hier aufklappen. Hier vorne müssen wir dann noch eine Ausfräsung machen, weil ansonsten hast du bestimmt dann irgendwie keine Beine mehr, wenn du eine Weile gekackt hast, weil das Blut irgendwie abdrückt. Also das kann man aber noch ein Stück ausfräsen, das ist kein Problem. Und das funktioniert. Jetzt müssen wir den zweiten Teil noch bauen, der dann rüber geht und das natürlich ein bisschen schick machen hier. Aber das ist okay. Und weil der Deckel steht, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Also das hat mir alles nicht gefallen. Ich habe das jetzt nochmal auseinandergerissen, die ganze Scheiße. Und habe jetzt einfach auf der Rückseite von der Kiste hier entfernt, komplett bis davor das kleine Stücke. Und dadurch stört das jetzt auch nicht mit dem Klappmechanismus. Jetzt kannst du hier, und das sieht auch nicht so ausgefressen aus und unpassend, sondern jetzt funktioniert das hier auch wunderbar, dass der Klappmechanismus hinhaut. Und es wird auch wunderbar funktionieren, mit dem Deckel, der hier drüber ist, weil der rutscht dann einfach über die Kante und verschwindet mit hinten. Ihr werdet es gleich sehen. Wir haben zum Glück noch eine Platte gefunden. Deswegen war es nämlich richtig, dass du die andere verhunzt hast, weil jetzt hat das die Entscheidung einfacher gemacht, weil ich die andere auch noch verhunzt habe. Und guck mal, wie schön das jetzt aussieht. Hier, ne? Siehst du? Ja. Sehr gut. Äh, was? Wie reißt denn jetzt alles auseinander? Was denn? Ja, doch. Wie sah denn das vorher aus? Hier die ausgeklinkte Ecke und das ausgefranste Bisschen hin. Jetzt geht es schön bis hin. Ach stimmt, die Platte, ja. Und es lässt sich trotz, reißt das mal auseinander, und lässt sich halt trotzdem aufklappen. Ja, sehr gut. Siehst du? Und es wird aber dem anderen Mechanismus wird es auch lebt. Das musst du mal hinzulegen. Ne, hier muss das sein. Ja. So, wir überlegen jetzt gerade, ob bei dem Scheißhaus hier diese Kante noch weg muss, da das für die Beine nicht wehtut. Aber vielleicht sind die Beine ja so weit angelehnt, dass es gar nicht stört. Nee, tut auch nicht. Weil ich sitze ja da maximal, wenn man vorne zum Pullern, aber eigentlich auch nicht. Weil das ist ja die Kante, wo unser Brett aufliegt, da was man hier umklappt, dass das oben nicht stabil aufliegt. Also wenn das geht, dann würde ich so lassen. Minimal vielleicht. Vielleicht kann man es ein bisschen rund machen irgendwie. Also Kari, die hat schon mal den ganzen Platz hier in Beschläge genommen für sich. Gefällt dir das schon? Dann guckst du da eigentlich so bläde. Oh, wie geil bläde. Hör Mutti, kannst du mir bitte was sagen? Ich kann nicht kochen und kacken gleichzeitig. Ist das nicht geil? Fressen und scheißen im Ebengang. Geil. Das ist gut. Hast du das wenigstens gefüllt? Ja, teilweise, glaube ich. Die letzten Bretter werden gesägt, also die Fehlerquote erhöht sich für uns beiden, weil jetzt einfach auch wirklich die Konzentration lässt ein bisschen nach, ne? Ja. Und dann schrauben wir das alles grob fest und dann müsste man schon liegen können theoretisch. Und dann müssen wir auf jeden Fall erst mal Feierabend machen heute. Und morgen ist dann Elektronik-Tag, ne? Ja. Ist hier denn schon jemand da? Gibt's ja nicht noch niemand da. Und ich komm nicht rein, weil hier auch noch zu. Aber, ja, wenn man das... Das ist immer gut, wenn man das nochmal so von außen betrachtet, sieht, was man so gemacht hat. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das Enebrett davon bei der Kiste hat mal gestern noch ein paar Probleme. Sieht man vielleicht auch von hier aus, dass das da ein bisschen schief ist. Würde man wahrscheinlich dann irgendwann sowieso nicht mehr sehen, ne? Aber das machen wir nochmal ordentlich. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem ganzen Teil. Der Klappmechanismus von der hinteren Kiste, das ist halt nicht ganz so einfach gewesen, weil das jetzt auch, wenn die Kiste zweigeteilt ist, ist die bei Weitem nicht mehr so stabil, wie wenn das einfach eine Kiste ist. Aber das ist halt ein Learning, was man dann beim Bauen hat. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht geworden. Man kriegt dann beim Bauen immer so einen Tunnelblick und findet alles dann irgendwie und das ist das noch nicht so gut und das noch nicht so gut. Wenn man dann einfach einen Tag später nochmal drauf guckt, das ist gut geworden. Das ist okay. Heute kommt auch nochmal Renate. Da bauen wir den neuen Bigtron-Ladebooster ein, weil der Vatronic-Schrott sich dabei hier auch gehimmelt hat. Das ist im Übrigen hier Thomas. Eines von Thomas seinen Camper, der lackiert die selber, der wrapped die in Eisengrau jetzt hier und gibt es auch andere Farben selber. Sieht richtig cool aus, mega geil. Ich hätte gerne in dieser Struktur auch meinen Dacia gehabt, in lila, aber das ließ ich leider nicht anmischen, weil so ein Eisengrau brauche ich nicht. Und morgen bauen wir dann ja bei ihr die Elektrik ein. Das hier, ach scheiße, sieht es hier aus. Und da habe ich mir jetzt extra auch nochmal so eine Hydraulik-Krimp-Zange beschafft, dass wir für ihren Wechselrichter die, keine Ahnung wie viel, 1000 Quadratkabel verkrimpen können. Ich bin mal gespannt, wie das klappt, aber das werden wir dann im nächsten Video sehen. Das ist bestimmt falsch, dass das Etikett da drauf ist. Das klebt bestimmt nicht so richtig. Das Beste ist hier wieder einfach die Ordnung bei der Arbeit. So, damit haben wir jetzt eigentlich erstmal so die Hauptkisten fertig. Das Wichtigste, damit wir mit der Elektrik heute anfangen können, was ihr im nächsten Video seht, Man kann jetzt aber schon mal probeliegen. Wir sind ziemlich stolz, oder? Sehr stolz. Dass das so ist, wie es ist, weil das ist auch mit der geteilten Kiste gut geworden. Das klebt sich mal wieder drauf. Das ist auch wirklich schön stabil. Das heißt, Bärbel führt das mal vor. Ich motiviere das ein bisschen. Also man sitzt da wirklich schön stabil drauf auf den ganzen Krempel. Und dann könntest du mal das Bett aufbauen. Und das Besondere eigentlich an der Bettkonstruktion ist, der Sinn von der ganzen Sache ist, normalerweise ist so ein Auto ja relativ klein. Das heißt, eigentlich ist es viel sinnvoller, man macht alles Liegefläche, dass man jetzt weit vernünftig drin schlafen kann. Aber diese Küchenblockvariante ist halt wirklich einfach ultra geil, weil man kann toll Sachen abstellen, man kann schön drin sitzen und kochen, weil das Ganze auch erhöht ist. Man hat mehr Verstaumöglichkeit. Es gibt eine ultrawohnliche Atmosphäre und sieht halt einfach cool ausfindig. Und damit man zu zweit einigermaßen schlafen kann, wenn man jetzt nicht allzu groß ist, kommt natürlich immer auf die Körpergröße an, ist der Sinn einfach, dass vorne im Kopfbereich, wo man mit dem Oberkörper, mit dem Kopf ist, die Liegefläche größer ist. Und dadurch ist es möglich, dass man da auch zu zweit einigermaßen vernünftig liegen kann, weil für die Füße brauchst du einfach deutlich weniger Platz. Genau. Genau, jetzt sieht man das eigentlich. Kannst du mal ein Stück zurückrutschen? Wie? Ein Stück zurück kannst du noch. Wenn man sich jetzt nämlich hier so rumdreht, je nachdem man Seitenstehfersucht oder irgendwas, hat man einfach für die Arme und für den Oberkörper hier viel mehr Fläche. Das müssten so 1,5? 1,10. 1,10 sind das oben. Und beim Beinbereich hat man dann so 90 bis 95, weil man kann ja auch noch mit in dem Radkasten, so mit dem Bein quasi drin liegen. Und das geht eigentlich ganz gut. Und das für den Klo hat auch ganz gut geklappt, dass man das so schön abklappen kann. Das bleibt von alleine oben stehen. Und da kann man sich hier schön aufs Klo setzen. Kommt dann das zweite Fach rein, wo das Bettzeug reinkommt. Und hier kommt von der Toilette noch die Abluft hin, damit die Gerüche nach draußen gesaugt werden. Und dann kommt auch von unten von der Standheizung der Einströme, und da kann man das hier dahinter auch noch schön verteilen. Die ganze Elektronik von der Standheizung kann hier rein. Das müsste eigentlich ziemlich gut klappen. Man hat nämlich nicht so viele Möglichkeiten, wo man von unten quasi die Heizluft durchführen könnte. Das seht ihr dann im Heizungseinbau-Video. Und da ist die Renate auch noch mal zu Besuch, weil ihr habt sie ja im letzten Video gesehen, dass ihr Ladebooster kaputt ist. Ja, das war doch sein erster Ausbau. Da hat er sich noch Mühe gemacht. Das ist der Zweite. Das ist alles viel schöner und gerade. Was heißt denn hier alles viel schöner und gerade? Da hast du wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ja, mein erster war halt schwieriger. Nein, das hast du ja selber gesagt. Für jemand Fremdes, da gibst du dir mehr Mühe. Ja, so viel wie es halt geht. Das sieht man tatsächlich. Und bei der Renate war der Ladebooster kaputt und die Schläuche, die ich eingebaut habe, waren Mist, die Wasserschläuche, die sind einfach hart geworden und da fließt kein Wasser mehr richtig durch. Da habe ich jetzt noch eine bessere und das bauen wir noch schnell ein. Das machen wir nämlich jetzt. Guck mal hier. Das ist natürlich auch... Also ich bin ja kein Kochfan, ne? Ich benutze das immer nur zum... Im Camper muss man auch nicht immer unbedingt kochen. Zum Kaffee kochen und so. Immerhin, Kaffee ist ja schon mal was. Ja, Frühstück und Abendbrot schon, aber mittags hole ich mir dann meistens was. Na, na, ich bin jetzt auch voll geworden. Deswegen habe ich nämlich hier die Pfanne auch abgebaut. Da bin ich ein bisschen traurig drüber. Die schöne Pfanne, das ist optisch das Schönste. Ich habe aber alles aufgehoben, die passende Schraube für den Fall der Fälle, dass ich doch nur mein Fahrrad dran habe. Dann baue ich die Pfanne wieder an. Da kommst du eigentlich an die Pfanne ran, wenn das Fahrrad drauf ist, ne? Jetzt zeigen wir der Renate mal die geupgradete Version mit Toilette. Na, guck mal, das haben wir jetzt hier so gemacht. Siehst du, das ist auch geteilt. Da kannst du, du möchtest mal hier hinten die Klappe mal aufklappen. Ja, die ist ja süß. Na? Ja, das geht bei mir ja nicht, weil da ja von der Heizung die... Erstens das und die Höhe. Die Kiste ist jetzt ja viel, viel höher geworden. Ja, 34, damit das überhaupt passt. Aber das war auch, sag ich mal, eine ganz schöne Herausforderung, dass sie das hier oben nicht schließt und das trotzdem dieser Klappe-Mechanismus funktioniert, ne? Funktioniert, ja. Da ist das Corpus Delicti. Ich hoffe, der ist nicht mehr auf dem Markt. Die Leute kaufen den gerne, sagst du, ne? Der ist halt sehr, sehr günstig im Vergleich zu dem Orion von Victron. Das ist aber jetzt der dritte, den ich sehe, den es durchgefeuert hat, nach kürzester Zeit bei wenig Benutzung. Was sagst du dazu? Schlimm. Und das Ding ist ja selber gekauft, ne? Und ich bin nicht bezahlt von Victron, aber das Zeug ist halt wirklich richtig gut. So, dann haben wir ja hier, wie gesagt, noch ein anderes Problemchen. Und zwar dieser Plastikschlauch, den ersetzt man mit einem ordentlichen. Ja, das ist das Problem hier, ne? Diese PVC-Schläuche sind dafür einfach nicht geeignet. Booster ist drin, den müssen wir uns noch programmieren und dann gucken wir mal Autofokus und dann müssen wir mal schauen, ob das Ding jetzt lädt. So, der ist noch auf Stromversorgung programmiert, das ist natürlich Quatsch. Wir brauchen den als Ladegerät. Den haben wir ja auf D-Plus programmiert, dann müsste er eigentlich von alleine funktionieren. Renate, startest du bitte mal den Motor? Jo. Gang ist raus. Da muss man doch die Motorabschaltung deaktivieren. Jetzt lädt er, ne? Seht ihr hier schön rein? Gucken wir mal die Victron-App, äh, die Liotron-App. Ob hier was ankommt. Ja, lädt mit 20 Ampere. Und jetzt mal gucken, ob das auch der ganze Spaß wieder ausgeht. So, Renate, machst du den Motor mal aus? Ja, funktioniert sofort. Perfekt. Und das dicke Pony sonnt sich hier in aller Ruhe. Wo ist denn das dicke, breche Pony? Wo ist denn das dicke, breche Sonnenpony? Wo ist denn das breche, dicke Sonnenpony? Wo ist das dicke, breche Sonnenpony? Alles in Ordnung haben. Jawohl. Und vor allen Dingen, das Gummi muss drüber. Das Gummi muss drüber, Renate. Das könnt ihr aber jetzt falsch verstehen. In diversen Fällen. Man kann es nehmen, wie es will. Jawohl, Klappe zu. War das einfach nicht drin? Wo ist denn das�니다? Amnındie. War das einfach nicht drin? War das auch nicht drin? War das nicht drin? War das, gehört sich nicht drin? War das überhaupt nicht drin? Untertitelung des ZDF, 2020